Sieg mit zwei Tornunterschied und wir sind Erster. Sieg mit zwei Tornunterschied und wir sind auf dem Weg. Sieg mit zwei Tornunterschied und wir sind auf dem Weg. Sieg mit zwei Tornunterschied und wir sind auf dem Weg. Sieg mit zwei Tornunterschied und wir sind auf dem Weg. Sieg mit zwei Tornunterschied und wir sind auf dem Weg. Sieg mit zwei Tornunterschied und wir sind auf dem Weg. Sieg mit zwei Tornunterschied und wir sind auf dem Weg. Sieg mit zwei Tornunterschied und wir sind auf dem Weg. Sieg mit zwei Tornunterschied und wir sind auf dem Weg. Oh, war mich schon. Oh! Das zwanzigste und letzte Spiel der Bolle. Genau 8 Minuten auf dem Spiel. Das ist ein hohes Spiel. Wir möchten es noch einmal geben. 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 Ja! Oh, ich bin ja. Oh, es ist Ding. Oh, ich meine. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja. Ja. Scheiße. Jawoll. Ja. 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 Die wird auch ihre Laderhemmung nicht mehr los, ey. Schade Einblick. Ja. 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 Und über die Mitte Linie. Und hier wurden auch noch mehr und wir hatten einen guten Tag. Und auf jeden Fall noch ein Spiel. Im letzten Spiel der Vorrunde. Zwischen von Nordic und Spiele und Sport. Und der Tore. Ja, das löst von der 2. Und das bringt noch mal an die Vorrunde. Und das ist Nummer 2. Warum das denn? Die haben 10 1 Tore jetzt. Und die anderen 10 2. Dann gehen wir hoch. Und erst gehen wir das mit der Vorregel. Oder? Haben wir wie gespielt? 1 1. Also die direkte Vergleich kann es eigentlich auch nicht sein. Dann machen wir 1 und 3 0. Ja. 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 Jawoll, da ist es. Schön. Ja. 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 Für erstmal 1. Ja. Klar. Schwitzenreiter, Schwitzenreiter, hey, hey. Oh, oh, was macht das? Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Schöne Karti hast du. Jupp. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Und das war jetzt auch der Weg durch den rechten Vorwunsch, gegen die Stürzmachstügel mit der Dekai Kassio Hall. Und das war jetzt auch der Weg durch den rechten Vorwunsch, wie er noch an die Hände steht. Vielen Dank.